so liebe leute herzlich willkommen zurück zur let's play assassin's squid origin wir machen heute weiter mit der nächsten quest wir haben in der letzten folge den fremden eliminiert dann haben wir den nämlich auch schon mal weg aber ich muss jetzt gerade gucken wenn man mal schauen mal kurz auf die karte schauen ob da wie viel viel lag ist es müssten jetzt noch fünf vier fünf sechs unterwegs also viele sollten sich mehr sein also da ist noch ein 38er den habe ich schon mit geschnitten der ist natürlich noch ein bisschen zu hoch für uns auch mit meiner mit der taktik in der letzten folge gemacht haben und zwar mit dem greite wir haben reiner theoretisch haben wir noch ganz viele nebenquests da ist noch einer riesgenade dann können wir euch auch noch holen den hatte ich mich gesucht die ganze zeit mit der leute 30 da ist noch ein 1 2 3 und hinten ist der vierte so dass vier so dass vier stück nur noch haben wir sechs jetzt gekillt haben wir sechs jetzt schon weg weg ist nicht also 1 2 3 4 könnte könnte das so sein könnte das so sein hier ist noch einer der flucht der hart war fünf also die hälfte haben war oder 1 ich zähle es jetzt gerade durch also 2 hier unten 3 ja 4 und 5 ok dann haben wir gut ok gut youtube wo sind ja eigentlich der andere 30er da hinten so ich habe hier möglichkeiten kann ich denn so kann ich jetzt so rechenschaft ziehen kann ich nicht kenne ich jetzt ja geil wir versuchen es aber dann haben wir mich dann auch weg dann haben wir nämlich die 30er auch weg wir sind ja knapp jetzt ein level drüber kommen wir jetzt auf geht's also ich habe mal nachgeguckt die letzte quest ist level 35 ja gehen wir mal nicht auf den senkel der ist nämlich irgendwo da hinten ja viele nehmen aufgaben sind ja auch nicht mehr also viele aufgaben wir müssen eben ist also ich habe mal nachgeguckt die letzte quest ist level 35 und wir sind jetzt 31 gleich zumindest wenn wir das in der höre ein höre 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 das problem ist einfach dass der wahrscheinlich ein stück raus ist das hinkriegen also wieder das ist ein 30er der ist jetzt quasi genau aber wir haben es an erfahrung bekommen dafür wir sind nämlich mittlerweile schon jetzt ziemlich genau von level 31 also vieler wir brauchen wir noch alter oder ob er den jetzt kriegen weiß ich noch nicht so ein weiteres besetzt das haus in die jesus so dann ist er da vorne ich hoffe dass ich den krieg da ist er doch heute ja so weit wo ist mein vieh was man reit hier Scheiße! Wo ist mein Reittier gewesen? Habt ihr gesagt, du bist einfach mal weggelaufen! Ja, ich brauch, brauch man nicht, brauch man nicht, kein Reittier, wofür auch? Sag mal, wo warst du? Wo ist der Typ? Da. Die Frage ist, wie weit ist denn der jetzt? Ist der immer noch so weit runter? Wie weit ist denn der runter? Das ist das Problem. Wenn der immer noch die Hälfte hat, wäre das schon gut. Also, das heißt, die Hälfte hat noch ein bisschen, aber... Karavannasitzerei, irgendwas... Boah, warum komm ich immer auf die Scheiß-Taste? Ja, fack dich doch! Komm jetzt! Komm doch hierher jetzt, Mann! Lauf doch nicht weg! Warum red mein Reittier weg? Ne, das brauch ich nicht, ich renne nicht da... Er hat zu schätzen? Warum zur Hölle machst du das? So, haben wir die jetzt? Ich hab's genommen, oder...? Sag mal, warum rennst du eigentlich immer weg, du Missvieh? Müsst'n die ja schon wieder hin? Wüsst'n die Verlag ist jetzt schon wieder hingelaufen? Ich wollte ihn heute töten... Oh, Mann, du... Warum zur Hölle? Ich wollte dich eigentlich heute... Guck mal her, jetzt hier! Sag mal, du Feiglinge! Ne... Hauptsache, der rennt mal kurz... Der rennt mal kurz weg? Ne... Ich mach weiter! Neun! So... Aber ich weiß nicht, ich wollte davon, dass wir die Bandit noch, glaube ich, mit Gejagt noch nebenbei... ich glaube das war ein bisschen too much so warte mal das sind ja er muss hier unten irgendwo sein ja 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 verpisst euch doch jetzt endlich mal ja 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 Ja, lecker mir ja, ey, du, Mann. Ich... Fuck, man. Was ist das denn hin? Ich wusste, ich wollte ein bisschen heilen. Geh mal weg da! So, jetzt muss ich nur noch mal meine Reichweite kriegen. Ich habe noch eine Spezialfähigkeit auf dem. Die dürfte ja noch mal eine Fähigkeit haben. Den kriegen wir noch, den Typen. Er ist tot. Er ist tot, Level 31. Ich sag ja, wir kriegen hier noch mal eine noch mal. Aber er hat nichts dabei gehabt an Tings. Ja, das war es wohl mit Ries Gnade, mein Freund. Aber du hast nichts dabei gehabt an Zeugs. Sehr gut. Aber egal. Wir haben ihn. Wir haben ihn. So. Das ist jetzt gerade eher uninteressant für uns. Aber ich will eigentlich mehr oder weniger doch noch mal hier hoch. Ja, so viel haben wir auch nicht mehr. So, mit dem bei. Heute machen wir hier noch irgendwo einen Schnellreisepunkt. Ja, hier haben wir doch einen. Der macht Knoppers. Klingt wie Knoppers. Aber ist es nicht. Egal. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Ach, Gott sei Dank haben wir den Typ jetzt auch tot, ey. Gut. Ähm. Ja, wir müssen jetzt doch da rüber. Also wir müssen wahrscheinlich viel reiten und schwimmen und sowas. Na gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann reisen wir rüber nach zur Klippertrack. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.